Okay, rechts auch offene Tür, du links, ich rechts. Äh, ne, andersrum. Ich links, du rechts. Naja, alles klar. Boah! Rechts ist frei. Drei Feinde geworfen. Vier. Ey, hättest du ne Facecam, ne? Ich hätt grad ne Herzenfachfass bekommen. Digga, ich auch. Entryteam Suspects have taken refuge and are refusing to operate. Move in, remember your ROE and secure the area. Türschaf oben. Okay. Die Ladung platziert. Bist du fertig? Ja. Sprenge. Okay, ich hab die Tür rechts im Visier. Okay. Ich hab die links. Also ich seh bisher keinen. Ist die Tür rechts auf? Ja, ist auf. Okay, dann lass uns zuerst rechts rein. Alles klar, ich sichern die Tiefe, du kannst rechts rein. Okay, alles klar. Drei, zwei, eins, go. Schneid auf. Ja, ich hab dich. Okay, sieht frei aus. Ich hab nen Treppenaufgang. Guck du mal kurz links in den Raum da rein, ob da irgendwas ist oder ob da Türen aus sind. Welchen Raum? Links. Meinst du der direkt in der Treppe? Ne, nicht der in der Treppe, sondern da, wo wir grad an der Einbruchstelle reingekommen sind. Schau mal, ob da irgendwelche Türen aus sind. Ja, eine Tür. Ja, okay, alles klar. Hier sind alle Türen verschlossen, dann gehen wir zuerst da rein. Ich hör aber Schritte oben, wir müssen auch ab und zu mal da hinten gucken. Okay, beide Türen sind auf, beide Türen sind auf. Wir gehen dynamisch. Oh, ein Feind geworfen links, ich geh links, du rechts. Okay? Jo, alles klar. Drei, zwei, eins, go. Links frei. Einer hat's gegeben. Wie sieht's bei dir aus? Warte. Okay, ich hab hier einen Mauerdurchbruch. Aufpassen, eigene. Okay, ja. Ja, eigene, eigene. Okay, hier ist frei, alles frei. Alles klar, dann komm mit. Komm mal raus. Ich sicher geradeaus, du... ...wirst die Waffe sicherstellen von den Typen da. Wir müssen noch fesseln. Ja, ja. Und danach nehmen wir die andere Tür, die da noch zu ist. Gehst du da rein, alleine? Das ist ja ein kleiner Raum, glaub ich. Ich mach das, ich mach das, ja. Okay, alles klar. Hey, der Raum ist frei. Alles klar. Christus. Alter, das ist so ein Horrorspiel. Okay, sicher du. Rechts die Tür, wo ich drauf sicher. Ich geh in die Küche. Wenn du bei mir bist, gleich. Bin da. Okay, wo soll ich sichern? Tür geradeaus. Ich sichere die Küche. Hab ich, hab ich, hab ich. Hab ich. Okay, alles klar. Okay, ich hab das in F. Oh, bin an dir dran. Ich sichere die Treppe, du die Tür links. Ja, alles klar. Okay. Okay, ich höre auf jeden Fall oben die ganze Zeit Schritte. Ich kann aber nichts erkennen. Oben ist auf jeden Fall eine Tür auf. Also, wir können zuerst hoch. Oder wir gehen zuerst die Tür hier links nehmen. Ich würde sagen, die Tür hier links, weil wir direkt davor stehen, oder? Ja, ja. Okay, alles klar. Bist du fertig? Ich mach auf. Bin fertig. Okay, ich geh rein. Brauchst du die Tür voraus? Ja, ich geh rein. Ist frei. Okay, alles klar. Ich picke die Tür. Ich mach das. Wie sieht's aus? Keine Falle. Okay, ich mach auf. Keine. Links, Tür offen? Ja. Okay, wir gehen direkt links in die offene Tür. Ja, ich geh vor. Ich sehe so lange die Tür gerade aus. Ich schneide links auf. Warte klar, ich rechts, du links. Und los. Okay, ein Feind geworfen. Hier auch ein Feind geworfen. Scheißes Hahn. Er hat drauf geschissen. Passiert. Lass mich diese Hande sehen. Lass mich deine Hande sehen. Okay, hier vorne liegt einer. Echt noch ein Herzstuhlstand hier, ey. Ist nicht ja hier alles. Okay, hier ist echt stockdunkel, ne? Ja, ich hab da das Nachtsichtgerät. Warte mal, ich muss hier vorne noch einen melden. Und ich glaube, der hat eine Waffe gehabt. Lass uns oben weiterarbeiten, bevor wir rausgehen. Ja, warte kurz. Ah, das war der Zivilist. Okay. Nee, nee, nee. Ich hab den Zivilist eben getötet. Echt? Okay, dann hab ich die Waffe von dem schon sichergestellt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich hab das Gefühl, wir spielen gerade Outlast, ey. Mit diesen White Phosphor-Nachtsichtgeräten. Du, ich zuck jedes einzelne Mal zusammen, wenn vor mir einer steht. Wirklich. Das ist brutal für mich. Okay. Gehst du zuerst? Ich geh zuerst. Ich sicher dann nach vorne. Ja. Gehe ganz langsam. Jetzt sicher nach oben dann. Okay, hier ist blockiert. Kannst weiterkommen? Alter, das... Okay, wir haben zwei offene Türen gerade. Okay. Du sicherst die offene Türen, du regelst die ab. Ich schneid links nur auf. Joa, alles klar. Oder das sind Schritte. Dann pushe ich ein bisschen nach vorne. Okay, ich geh los. Ja. Okay. Ich hab die Sicherung nach hinten. Wir gehen links in die Tür da rein bei dir. Okay, alles klar. Ich schneide auf. Drei, zwei, eins, go. Auf ne Tür rechts. Okay, der Raum ist frei. Okay, ich hab die Tür rechts. Ich schneide auf. Wir haben ne weitere Tür links. Links gerade. Okay, alles klar. Wir nehmen die weitere Tür mit ner Flashbang. Alles klar. Du musst mich durchlassen. Okay, ist frei. Bist du bei mir? Ja, ich bin bei dir. Dann haben wir hier oben soweit alles gesichert, würde ich sagen. Ja, ja, haben wir. Gut. Und dann warte da hinten durch, genau. Ja, genau. Den Knick nach rechts nehmen wir jetzt. Ja, ich bin bei dir. Sollen wir da so rein oder Flashbang um die Ecke? Warte, wir haben ne offene Tür links. Da ist gerade jemand durchgelaufen mit nem Messer. Ist das? Ich darf die Sicherung. Echt? Okay, warte, dann Flashbang. Okay, rechts auch offene Tür. Du links, ich rechts. Äh, ne, andersrum. Ich links, du rechts. Naja, ist klar. Boah! Rechts ist frei. Drei Feinde geworfen. Vier. Ey, hättest du ne Facecam, ne? Ich hätte gerade den Herzenfachfass bekommen. Digga, ich auch. Das ist so brutal, ich bin das. Die sehen aber auch alle aus, als wären sie besessen. Guck dir die mal an. Wirklich, Alter, das ist so schlimm. Okay, unauthorized, off-deadly force, scheiße. Das waren aber auch alles Feinde. Die waren alle bewaffnet oder hatten ein Messer oder sonst was. Ja. Die sind alle geistkranken. Wenn du bei mir so ein Facecam machen würdest, du würdest einfach nur sehen, wie ich bei jeder Feindberührung einfach 5000 Mal innerlich zusammenzucke, so. Und jedes Mal, wenn du diese scheiß Ninebanger da rein wirst, krabbt mein Gesicht immer so zusammen, so. Ja, blinken lassen. Rechts war klar, oder? Ja, rechts war klar. Okay. Also, wir haben geradeaus offen und rechts offen. Ich würde sagen, wir gehen rechts rein. Ja, ich habe geradeaus. Okay. Ich gehe direkt schnell rein, ja, damit wir hier schnell drin sind. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, hier sieht klar aus. Geradeaus noch eine Tür. Ist sicher nach hinten. Okay, ich piek die Tür. Okay, ist keine Falle. Kommst du zu mir? Kommst du zu mir? Ich mache auf. Drei, zwei, eins. Okay, ich gehe rein, ich gehe rein. Ja. Wie ist denn der Kisten? Okay, links sieht frei aus. Okay, die war ja nicht mal tot. War die nicht tot? Ja, manche sind nicht tot, die sterben nicht direkt. Die bleiben auf dem Boden auch noch verletzt. Manchmal, das haben die auch mit dahinter gebaut. Wegen dem Auftrag, ne? Das kann sein, das weiß ich nicht. Okay, genau. Hier war mal. Okay. Ich glaube, das Haus haben wir dann soweit. Genau. Dann lass uns jetzt über die gesicherten Räume am besten hinten rausgehen. Ja. Okay, ich habe noch fünf Magazine gepasst. Ich habe nur noch zweieinhalb. Zwoieinhalb? Boah, Alter, was hast du gemacht, ey? Juhu, bist du richtig abgegangen, ey? Ja, ich habe halt so viele EG... Ja, ich links. Links frei. Ja, ich habe halt so viele EGB-Views geguckt, wo die halt wirklich ein halbes Magazin in jeden Bastard reinhallern. Da ist eine Frau. Okay. Die hat schon gegeben. Ich sicher dich, nimm du fest. Ja. Wenn die auch nur einen Mucks macht, ne? Dann knall die ab. Dann schieß ich dir so einen Kopf. Genau. Hands up! Let me see those hands. Alter, ich war... Digga, wie die gerade weggezuckt ist, ne? Ja, ja, ich dachte jetzt, die zieht auch ein Messer. Ich war gerade so kurz davor, die mit der Wand gleich zu machen, Alter. Das machen die auch manchmal. Okay. Guck rein. Geradeaus ist dieser Höhlen-Durchbruch. Ich sitze drauf. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir dann in die Höhle rein, ey. Links, links, links. Zwei Personen. Eine... Oh, ich hab... Oh, ich hab... Einer hat es gegeben, aber der ist jetzt halt draufgegangen, selber schuld. Ja, den Typen mit der Schleckgang rechts hab ich erschossen. Okay. Ich geh vor. Ja. Oh fuck, noch weiterer Mauer-Durchbruch rechts, den musst du sichern. Okay, also ich geh vor. Digga, links, Mitte, rechts, Alter. Sicher, du mal. Also Riegel ab. Ich guck mal, was hier drin ist noch. Hop, hop, hop. Ah, hier ist nichts mehr fast. Gut. Okay. Wollen wir rechts weiter vor oder links? Ich würde sagen rechts, oder? Naja, und nicht sicher nach hinten. Okay. Alter Schwede. Warte, den müssen wir auch noch melden und fesseln. Aber sobald der Laser weg ist, siehst du auch irgendwie fast nichts mehr, weil hier kein Restlicht mehr ist. Also bei mir geht's tatsächlich. Bei mir ist echt krass, ey. Hast du eine Taschenlampe an? Oh, fein geradeaus. Ist geworfen. Ist down, ist down. Hast du noch ein Flashback? Äh, kann ich gerade nicht prüfen. Ich habe hier links eine Person, die ich aber nicht bekämpfen kann. Ich komme zu dir, warte. Ich komme zu dir, warte. Die ist da in der Tiefe. Kann man gerade nicht sehen. Verschieb dich eins nach vorne. Ja, okay. Schneid auf. Ja. Ja, die ist schon pisst, glaube ich. Hast du eine Flashback? Dann schmeiß ich mal da hinten rein. Habe ich, habe ich. Okay, ich bin fertig. Okay, ich schmeiß rüber. Leakt. Okay. Ich höre Schritte rechts. Ja, ja. Okay, rechts knickt es nach rechts ab. Sicher du mal rechts, ich gehe nach links, okay? Hab, hab. 3, 2, 1, go. Okay, links ist nur ein Wasserloch, das ist frei. Ich gucke geradeaus noch in die Ecke hier. Ist auch frei. Dann geht es nur noch geradeaus weiter. Habe ich, ist down. Sehr schön. Ich lade. Okay. Du links, ich rechts, ja? Jo, alles klar. Okay, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Ja, ich stecke die gerade fest. Also, okay. Okay, hab links. Okay, sieht frei aus, ich sicht. Oh, da ist noch einer. Der hat ein Messer gehabt. Ist bewaffnet gewesen. Ist auch down. Wir studieren kurz hier fesseln den Typen. Oh, mach das. Links sieht aus, als ob es weitergeht. Ja, warte kurz. Geradeaus ist noch einer, den haben wir gerade platt gemacht. Kommst du mit? Arta. Okay, ich bin da. Okay, hier ist tot, hier geht es nicht weiter. Ich würde sagen, dann können wir hier schon fast rausgehen, ne? Oder geht es da rechts noch weiter? Rechts sieht aus, als ob es weitergeht in die Tiefe. Okay. Ja, dann schneid auf. Hier sind Schritte. Ja. Das klingt nach über uns. Ja. Hast du eine Flash noch übrig? Ich habe keine mehr. Ich habe noch eine. Okay, warte. Ich verschiebe mich hinter dir, dann kann ich mich versichern. Es geht hier in ein Haus rein. Ja, ich weiß, ich sehe es. Geh ein Stück weiter nach vorne, dann kannst du hier besser gegen die Wand schmeißen. Ich habe die Sicherung vor dir. Gut, ich werfe. Okay. Ich gehe dann als erster rein, ne? Ja. Liegt. Okay, du musst dich nicht... Oh, okay. Okay, Treppenaufgang. Rechts, Tür offen. Du Treppenaufgang, ich die Tür. Jo, hab. Ich schneid hier auf. Bleib du an der Treppe, bleib du an der Treppe. Jo, hab, hab, hab. Geh, ist frei. Ich komme zu dir. Musst nachladen. Okay, es scheint, als hätten wir alle abgeknallt, weil jetzt ist hier Bring Order to Chaos. Ja, habe ich gesehen. Oh, Gott sei Dank. Okay, sieht alles gut aus. Okay. Okay. Nein, 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 nein.